Maikes Schwester, die zurückrollenden Autos, das Hotel mit den Konche, mit den muschelförmigen Balkonen, gefächert übereinander. Oder man muss nur wahrnehmen, ohne verrückt zu werden, dass man Körper ist. Und nackt liegend auf der einen Seite, die offene Vase. Und wie das mit den Quellenergien zu bewerkstelligen ist, die von den beiden Eucharonta-Zentren ausgehen. Untertitelung des ZDF, 2020